und herzlich willkommen zu einer weiteren folge von miss survival ihr lieben in der letzten folge waren wir hier bei diesen kleinen banditenlager wir suchen immer noch rückes camp und das ist es definitiv nicht dann waren wir noch im paradies hotel und da funktioniert nicht keine unserer schlüsselkarten ich muss mal kurz zu können kann ich irgendwo gucken wo ich wo man mir aufzeigt was für dinge ich habe ich glaube nicht aber eine sache möchte ich gerne machen ich möchte noch mal in die stadt ich habe schon wieder eine sache vergessen die ich einfach mal drüber und macht einfach den spiel zu und ein bisschen leise ich möchte mal kurz gucken vielleicht waren wir ja wirklich in wix camp schon und haben die banditen da schon getötet aber unsere anzeige hat da jetzt nichts gemacht mal gucken so warte mal ich muss mal kurz auf meine ohren lauter machen so so oh falsch könnte ja möglich sein Vielen Dank. Okay, das hat er uns gerade gesagt. Gut, er hat auf jeden Fall nicht irgendwas zu sagen. Okay. Das heißt, das hier ist uns eigentlich vollkommen schnuppe. Okay, mein Inventar. Erstmal in der Linie eine Suppe essen. Der arbeitet bei Wind und Wetter. Okay, dann gucken wir mal. Oh, danke Gott. Ich dachte gerade. Okay, ich schrolle rückwärts. Ich weiß nicht, wie es ist. Wie ist das, Leute? Warte, jetzt habe ich hier oben vielleicht was gesehen. Wo befindet sich Klaus. Ich weiß nicht, wie ich hier oben reagiert. Ich weiß nicht, wie ich hier oben reagiert. Ich weiß nicht, wie es ist. Ich weiß nicht, wie es ist, wie es kommt, aber okay. Ich weiß nicht, wie es ist, wie es kommt. Ich weiß nicht, wie es ist. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie es ist, wie es ist. Was willst du denn jetzt? Geh nicht! Geh woanders hoch Hier waren wir noch nicht Also ich werde schreien, wenn jetzt hier irgendwas im Dummeln kommt Ja, ganz ehrlich, ich weiß jetzt nicht Wo Klausel sein könnte Weil im Großen und Ganzen Waren wir jetzt überall, wo ein Tunnel sein hätte können Und Das mit dem Banditenlager stört mich ein bisschen Und dass wir nicht ins Paradise Hotel kommen Aber es muss irgendwo in der Nähe vom Paradise Hotel sein Oder ich hab was gefunden Oder wir müssen eine Karte finden Fragen über Fragen Oh Ja, so einen hab ich Ich werd davon garantiert Durchfall bekommen Ein Schokoriegel Natürlich Ähm Ja komm, ess das auch nochmal Senf und Früchte danach Der knallt's auf der Schüssel Oh Gott sei Okay Ob das sein können Schade, hier ist absolut gar nichts So schnell rüber Und dann ab nach Hause mit uns erstmal So schnell rüber Und dann ab nach Hause mit uns erstmal Und Mimi Aber wie gesagt, im Großen und Ganzen waren wir jetzt überall, bis auf die Community, da waren wir jetzt nicht in dem einzelnen Haus. Und recht unten der See. Soll es nicht mehr, wie gesagt, wie gesagt, wie gesagt, wie gesagt. Ich war schon bei Wix Camp! Ich glaube, das Camp ist mir aus Griechenes erluscht, entfernt worden. Ich wette ohnehin. Hier oben ist irgendwas, was ich jetzt gerade nehmen kann. Ich kann mir anfangen, hier fahren kann ich auch nicht. Das ist hier hier. Ich kann mir anfangen, hier fahren kann ich auch nicht. Wo ist es hier. Ihr lambda, w auch mal. Die 15 nie bin. Da, sei denn. Ja. Ja, ich glaube es ist so gut. Der Lied macht es gerade auch nicht ein. Da ist die Rückfahrt die ganze Zeit nass. Da kommt der Rundschweck mit seiner Kasse. Jetzt nach oben zum Wachtturm mit dem weißen Holz. Ja, das müsste die Ecke sein. Ich habe es gefunden. Ist das, was ich denke, was es ist? Das müsste das Ding sein. Warte mal. Ich weiß nicht, was da oben gleich im Bett gibt. Ja, natürlich nicht. Hätte das sein können. Waren wir? Wo sind wir? Das hier? Aber wir sind doch mal hier lang gefahren. Leute, habe ich gerade Gedächtnis verlost? Haben wir das schon mal gesehen? Weil wir sind doch hier schon mal lang gefahren und haben nichts gesehen. Ich bin verwirrt. Mein Gott Hund. Ihr solltet speichern. Ich habe ein paar Sachen bei mir drin, die nicht nass werden dürfen. Du Arschloch. Oh Junge. Oh. Einfach mal runterspringen. Sie hat mich gesehen. Wo habe ich denn meine... Da ist sie. Scheiße. Ich bin so gut wie tot. Definitiv. Wie spät haben wir es denn? Raketenwerfer habe ich noch. Ich penne noch mal kurz eine Stunde. Gut. Wir wissen, wo das Camp ist. Der Idiot schießt die ganze Zeit jetzt. Oh. Ich werde mir jetzt gleich einen Raketenwerfer zulegen. Hier ist das nochmal. In der Hoffnung, dass ich vom Bär nicht gefressen werde. Revolver. Ja, Revolver brauchen wir. Okay. Warum ist eigentlich hier oben alles voll? Okay. Verstehe. So. Noch ein bisschen auf. Tunen. Den nehme ich mal mit. Das packe ich weg. Ich habe unten, glaube ich, einen etwas besseren Bogen. Eikara. Eikara. Ja, okay. So. Den weg. Sto. Wie ist das? Lass mich mal kurz schauen. Oh, ich habe immer noch kein... Ja, dann bringt mir auch der Bogen nichts. schreck mich doch nicht so ist das nicht für dies so traurig so traurig ja so lasst mich mal kurz gucken du kommst noch mal hierhin komm na guck mal raketenwerfer sollte speichern denn jetzt geht's los um ich musste erstmal gucken wo der ist ich bin gleich wieder da meine lieben wir sind wieder da ich muss gucken wo der die ganze zeit steht der kollege sind kann es dann das jetzt öfters passiert dass ich sterbe und ich speichere mal hier draußen ja Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Sollte ich speichern? Bringt zwar nicht viel, wenn ich jetzt sterbe. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. 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 das ist ein fucking baby bär sich da unten tummelt warte mal jetzt erkenne ich es erst weiter weiter ich war hier wirklich das ist dieses range die ranger station wo wir waren nein die haben sich hier eingenistet nach nämlich die ist nicht dein ernst nicht dein ernst also doch wo soll ich das wissen dass es da wieder erscheint wo wir waren ich glaube dann einfach jetzt das bett das mama bär eine person fehlt mir noch wie sie sitzt erst aufgefallen dass wirklich die ranger station ist so 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 hmm wo ist er oh nein einer fehlt uns noch muss ich das tun töten und so so wicks camp und einer fehlt uns und irgendwie habe ich das gefühl dass mir der typ hier oben fehlt der schütze ich glaube der kumpel da oben fehlt mir aber ein bisschen arschlos oder es ist von seiner waffe noch aber den habe ich dann oder doch an seine daten dass ich den da weg geknipst habe wer gut wisst ihr was wir machen können wir werden es ganz einfach machen jetzt eigentlich auch keine große lust die hier rumzuschleppen der stand mit dem ansporn die wieder ist er die frage warte mal sind verkokelt welt an gut zu wissen also die eine der hier sein sollte der scheint in irgendeiner weise verbuggt zu sein oder nicht existierend ich lasse die erst mal ich warte einfach bis die wieder spawnen und knall dann eine ab bleibt mir nichts anderes übrig ich glaube mir fehlt ein schütze entweder der schütze hier oben oder ist hier erst hier unten runter geht glitscht aber der ist nicht dessen mitgenommen es gibt jetzt auch hier kein highlight irgendwie in dieser base passt auf und dann steht er irgendwann hinter mir eigentlich wollte ich alle sammeln vielleicht kommt ja noch der bandit aber ich glaube ich habe einen bach einen miesen großen fetten bach oder der bär ist es ach hühnchen sei doch nicht so schüchtern hast du vielleicht noch einen anderen menschen außer mir gesehen ja aber das ne der trifft nicht auf den tor ne das ist das ist hoch bär das ist traurig wir hätten die mission jetzt haben können wäre ich nicht gestorben ich glaube der kult ich glaube der kollege ist nicht vorhanden gut wir wissen aber wo jetzt das camp hier ist wir werden einfach mal später hier hinkommen und einen noch abmoksen dann müsste es ja eigentlich gelten gut ich wandere erstmal zu meinem auto das wird noch ein bisschen dauern bis wir da weitermachen können aber meine lieben bevor mich was angreift würde ich sagen werde ich hier ein folgen präschen machen ich bedanke mich fürs zusehen ich bin ein geist und bis zur nächsten folge ciao 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 Vielen Dank.